18 Kilometer mit 20 Hindernissen Die große Challenge Rosarius Next Top Athlete 18 Kilometer mit 20 Hindernissen Rosarius Next Top Athlete Willkommen zur heutigen Ausgabe von Rosarius Next Top Athlete Aber nun geht es auch schon los. Aufgepasst und wenn ihr wollt nachmachen! Ok, wir fangen hier an. Wir gehen erstmal hier rüber. Fangen. Immer 1-2 Schritte. Zack! Komm, los, komm! Ja, das ist ein Abfall. Hauptsache, ihr fallt nicht um. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Okay, also ganz gut wäre, wenn wir so sechs schaffen, ja? Unsere Zwei-Mann, drei verschiedene Ausführungen. Einmal sechs zur Brust, einmal sechs hinten. Und dann, wenn es geht, auch sechs hier, okay? Ja, sechs Stück sollte schon gehen. Also nicht keine 18, sondern immer nur sechs. Ja, er hat es ja schon mal dein, der Marco kriegt ja den. Vier, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Kann man machen? Ja, mach doch. Ich tue mal den Marco an, hör. Ja. Entweder Pause oder direkt hinterher. Stoß hinter den Kopf, Felix. Oh, das ist die Starre mit dem Kopfballtraining, was du da machst. Okay. Ich freue mich. Auf meine zwei? Nein. Nein, auf deine 18. Ich habe noch zwei gemacht, ich mache drei. Eins. Sehr gut, weiter. Jawohl, weiter, komm, weiter, weiter, weiter. Zwei. Der zählt. Noch einer, noch einer, noch einer. Komm, 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 komm. Zwei, drei Viertel. Nein, 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 nein. Ich habe noch nicht. Jawohl, komm Kann sich das Ding ab Jawohl Kann sich das Ding ab Kann sich das Ding ab Das war die heutige Ausgabe von Rosarios Next Top Athlet Schaltet nächste Woche wieder ein Da geht es natürlich wieder weiter Mit dem schweißtreibenden Training für die große Challenge Bis zum nächsten Mal Das war eine Folge aus Rosarios Next Top Athlet Der harte Weg zu Tough Mudder Klick beim nächsten Mal wieder rein Oder abonniere den Kanal Wenn du die Glocke aktivierst, bekommst du eine Nachricht Wenn eine neue Folge online ist Wenn du mehr über unseren Personal Trainer Rosario Battaglia erfahren willst Dann folge der eingeblendeten Website Rosarios Next Top Athlet Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal